Das ist wichtig, dass man über das Thema Frauen in der Wissenschaft spricht, denn im Moment ist es einfach so, dass dort noch viel zu wenig Frauen beschäftigt sind und darum war der Gender Day heute wichtig, weil wir allen zeigen konnten, Mädchen und Jungs, was Wissenschaften eigentlich sind und dass es allen Spaß machen kann. Meine Mission ist es, Mädchen für naturwissenschaftliche und technische Fächer zu begeistern. Mädchen arbeiten konzentrierter und fokussierter in der Robotik mit. Das ist wichtig, weil Mädchen oft gar nicht wissen, wie spannend es sein kann und oft zugleich die Vorbehalte haben, da selber was zu machen. Ich finde es gut, dass es solche Projekte gibt und dass man auch beiden Geschlechtern zeigt, was man an Wissenschaft gut finden kann. Für mich ist Wissenschaft sehr wichtig, weil ich Ärztin werden will und ich finde auch, dass solche Veranstaltungen wie heute sehr hilfreich sind, um auch andere dazu zu bewegen. Mir hat heute am besten das Mikroskopieren gefallen, weil ich fand es sehr interessant, dass man es alles größer sehen konnte und woraus es auch ein bisschen aufgebaut ist und den Zellkern. Und ja, das sah auch teilweise sehr cool aus. Also Wissenschaft ist nicht meins, aber durch solche Tage wie heute kann Wissenschaft nicht nur mir, sondern auch Mädchen näher gebracht werden und das finde ich ziemlich gut. Die Wissenschaft kann unsere Welt auf ganz verschiedene Weise verbessern. Mädchen können in Wissenschaft genauso gut sein wie Jungs. Mädchen können in Wissenschaft genauso gut sein wie Jungs. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.